Hallo und... Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich muss das riskieren. Hallo und herzlich willkommen zu Metro Last Light. Okay. Haben wir uns... Wir haben uns gerade selber gesehen. Das ist nicht sehr oft so. Was haben wir denn eigentlich dran? Ich glaube, ich den... Ja. Puh. Erstmal nachladen. Und dann nochmal kurz mit dem Inventar vertraut machen. Denn ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Gut. Das war die falsche Waffe. Dann nehmen wir die hier. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. Super. Das Ding habe ich schon. Das brauche ich nicht mehr. So. Das bedeutet, ich muss hier entlang. Das Ding. Puh. Ja. Du scheiß Teil. Wow. Vielleicht nicht so klug. Wir haben Verletzte. Ja. Scheiße. Wir verlieren Männer. Nachladen. Boah. Ich bin froh, dass die beim Nachladen nicht... Oh. Was ist das für ein Licht? Vielleicht, dass die beim Nachladen nicht zum Glück die Rest... Die Reste des Gewehrs auch noch rausbringen. So. Wie komme ich jetzt hier durch? Okay. Kann ich... Nein. Zur Seite kann ich mich nicht lehnen. Auf dem Boden, mies Kerl. Aber... Nein. Eine Granate kann ich auch nicht werfen. Ich hoffe... Ich habe jetzt keine Framedrops. Nein. Super. Wir haben hier ein Recht für die Josen. Oh. Der hat mich getroffen. Und ich habe ihn getroffen. Da kommt noch jemand. Dumm gelaufen fühle ich. So. Oh. Das sieht nach einer Falle aus. Ja. Ja. Das nicht. Gut. So. Ich hoffe hier sieht mich keiner. Dann kann ich den mal in Ruhe ausnehmen. Das Messer kann ich leider nicht mehr nehmen. Das Messer kann ich auch nicht mehr nehmen. Hm. Ähm. So. Und... Ab dieser Folge... Kommt ihr ankündigen. Wird die Videoqualität besser. Deutlich besser. Denn ich war nicht zufrieden. Und... Äh... Ja. Jetzt gibt es kurze Hand. Es zerbricht noch nicht mal. Das ist ja scheiße. Jetzt gibt es äh... Bessere Videos halt. Habe ich mir einfach mal so gesagt. Kann ich das Licht ausmachen? Kann ich sogar. Wie cool. So. Nachladen. Kann ich das Licht ausmachen? Ja. Oh. Okay. Das ist schon weg. Nehme ich mal ab. Und schleich. Boah. Hör auf mich zu ärgern. Ist auch keiner... Pfff. Wow. Dart auf. Und... Das war jetzt doof. Doof. Scheiße. Komm. Da ist doch bestimmt noch einer. Lauf mal hier weiter. Bin ich nämlich auf der anderen Seite. Oh. Gut. Der ist auch weg. Dummerweise ist da noch eine Leiche. So schade. Da ist man die leichten. Da ist man die leichten. Ganz gut. Solange ihr ihn nie mehr berührt. Blödes Schrottteil. Stell deine Wache ab. Toha. Kosoi. Kommt her. Passt auf den Generator. Scheiße. Und wenn ihr heute bei der Wiese, dass ihr Karten spielt. Seid ihr tot. Scheiße. Naja. Auf jeden Fall nehme ich... ...heute auch mit einer neuen Software auf. Das stimmt was. Was passiert hier? Niemand. Vielleicht eine Wache. Was? Und jetzt kann ich mir einiges an Synchronisierungsarbeiten sparen. Wenn die Framerate so weiter stabil bleibt. Oh. Keine Sorge. Hier wirst du nicht lange bleiben. Komm her. Hallo. Nicht hängen bleiben. Ach so. Ich häng gar nicht. Gut. Wieso lebst du noch? Den habe ich mit dem Headshot gekillt. Aber der da hinten... ...lebt noch. Das kann man mir doch nicht verkaufen. Bleib doch einfach mal... ...lebt doch einfach mal... ...lebt doch einfach mal... ...stehen. Damit ich dich auch erwischen kann. Okay. Richtung stimmt. Schön an den Sachen vorbei. Kann ich meine Gasmaske ausziehen? Ja. Gut. Boah. Wo muss ich hin? Okay. Erstmal hier nachgucken. Gut weg hier. Gut weg hier. Oder? Gut. 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 Super. Da geht's entlang. Hier geht's irgendwie nicht entlang. Hä? Gut. Wo bin ich denn gerade hergekommen? Ach. Hier. Gut. ganz leise. Ganz leise. Der ist tot. Oh, wir haben jetzt hier ein paar Pfeile. Ich frag mich, wozu man die Pfeile braucht. Ich hab ja gar nichts, womit ich die... ...übschießen kann. Oh. Guck mal. Guck mal. Was haben wir denn hier? Gib mal her. Was ist denn? Okay. Nein. Eindeutig nicht. Tut mir leid, aber Luftdruckwaffen... na ok vielleicht nicht mit der Chotti arbeiten sondern mit der Waffe hier boah ist das so cool dass man den hier alles abschießen kann so wohin äh gut schön weiter ich muss mal kurz auch eine Kamera es ist auch immer so provisorisch aufgebaut dass man die jedes mal wenn man sich erschreckt um schießt vielleicht nicht gerade das schönste oh scheiße äh wir haben hier einen echten Idioten ja und der Idiot möchte auch raus hier wow wow ok da bist du ja wir haben Verluste ups dieser Mistkerl hat einen von uns erledigt wer hat dich du kleine Stück Scheiße Vielen Dank.